ja hallo meine damen und herren wir möchten euch heute unsere neue hochzeit präsentieren und da kommt schon der alte paule der alte mistsack pfarrer von jesus christus maria und josef da sind wir so du musst ihn anklicken glaube ich vergewissert euch wird ein ehring das mond verdammt wir müssen mal eben gruppenteuerung muss mich zum zum leader machen fersus wollte er zu eurem ehepartner nehmen wollte mit der hurra das gemeinsame versprechen eingehen nachdem ihr von diesem tage an einander lieben und achten werde freund und leid verdammt freund und leid gemeinsam teilen und einander die treue halten werden bis dass der tod euch scheidet ja ich sahura wollte ihr fürs zu eurem ehepartner nehmen wollte mit sahura das gemeinsame versprechen eingehen nachdem ihr von diesem tag tage an einander lieben und achten leckt mich am arsch es ist weg ja nochmal ja ich will ja ich will halt das maul scheiß pfarrer und die zeremonie ist beendet wir sind definitiv schwul jetzt nicht mehr ja klar als die zuschauer ihr habt gesehen da unten steht es auch im wc sahura und für sich dass 4 sind aha glücklicher tag und liebe zukunft und alles packen. So Paul, so Banger, Servus!